Wie viele Paar Schuhe besitzt du? 13 Kaffee oder Energy Drink? Energy Drink Wann bist du das letzte Mal ausgerastet und warum? I never freak out Was ist das coolste Lied? Probably Ed Sheeran now, Bad Habits Du wechselst zu einem anderen Profisport. Welcher wäre es? Tennis for sure Wann hast du dich das letzte Mal überfressen? Probably yesterday Mit was? Chicken Nuggets Wann warst du das letzte Mal ein echter Gentleman? Probably like two weeks ago when I took my girlfriend for a nice dinner Was war der letzte Film, bei dem du geweint hast? I don't know the name, but it was about the dogs when they were dying there, so I'm just emotional Von was machst du zu viele Screenshots? Off our schedule Was wäre dein Künstlername auf der Bühne? I don't know, beautiful Beautiful magazine, yeah Wie würde dein eigenes Land heißen und wie würde die Flagge aussehen? Maybe Berington, yeah And the flag is Same as the Czech flag Was ist dein Lieblingsstair in Smooth? Yeah, just this Hahaha Hahaha